Was wollen Sie schon wieder? Neue Lorbeer ernten? Hallo Steve, wie geht's Ihnen? Bestimmt haben Sie uns ein paar neue Flugzeuge mitgebracht. Sind unterwegs und wo stehen die Feindpanzer? In der Nähe. Baker und ich sind Ihnen seit Suhl nach Süden gefolgt. Das wäre alles, was bis jetzt erreicht ist. Ich habe schon viel vom Krieg versäumt. Keine Sorge, es bleibt genug für Sie. Sonst noch Fragen? Nur die wichtigste, Johnny. Können wir Korea halten? Zuerst wird es schwer sein. Tja. Hals und Beinbruch! Hals und Beinbruch! Die sind der Willen. Das reicht. Denen haben wir es gegeben. Herr Oberst! Steve! Sonny! Sonny! Herr Oberst, wie schnell kann der Vogel fliegen? Kann ich nicht sagen. Noch nicht. Fliegen Sie so schnell Sie können. Noch schneller. Oder noch etwas? Ja. Passen Sie auf ihn auf, sonst steht er auf und kämpft weiter. Jetzt geht es mir. So. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020